hallo liebe freunde herzlich willkommen zurück zu the forest was ist passiert beim letzten mal wir haben unser häuschen hier erweitert und jetzt müssen wir mal gucken dass wir uns jetzt hier ein fire pit hin bauen dass wir was essen können so die nehmen wir mit aber vorher noch hier mal ein paar dinge sammeln so wir brauchen noch ein stick und vier steinchen dann wollen wir mal hier schnell noch ausrüsten so sticky 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 wo sind die steinchen steinchen da haben wir noch ein so jetzt brauchen wir noch drei rocks ja sticky kann man auch mitnehmen aber wir brauchen echt hier mal noch ein paar rocks die große schildkröten oder war eine spinne können wir dich so drei so dann gucken wir mal ob wir hier was drauf packen können so ja jetzt haben wir hier schon wieder gespeichert gut dann brauchen wir ein paar locks um unser haus hier abzudecken so jetzt haben wir auch wieder einen vollen magen so dann können wir gleich loslegen das wird jetzt wieder eine kleine baum abholz sammelfolge aber wir müssen uns ja verteidigung schaffen das ist ja des spiels auch noch nur 60 5 blocks raus kriegen da ist gerade die frame rate komplett eingebrochen und bleibt jetzt bei 25 stehen so wie fällst du ja ist ja optimal hier unten ist ja auch kacke ja bringen wir die gleich mal hoch bevor wir die nachher nicht mehr wiederfinden so jetzt sind auch keine einheimischen da und keine ureinwohner keine kannibalen ja wir bringen einfach mal überall bäumchen an und dann passt das schon so hau den baum hau den baum aber wir machen uns mal die bessere axt ok haben wir ein paar stickies umgehauen passt auch ganz gut ja mit der lurchhaut sieht das natürlich auch alles ganz schwetzig aus äh ich glaube das ist nur ein sticky baum äh ok so dann noch den hier ne wohnen scheint doch ein großer noch zwischendurch noch ein steinchen mit aufgenommen so und dann gehen wir gleich mal wieder alles einsammeln so und bringen das heme na ah stimmt ok warum speichert der jetzt die ganze zeit hier zwischen das heißt wir können jetzt also quasi überall speichern oh das ist ja kacke ganz kurz ganz kurz hin können wir das hier irgendwo ändern anscheinend nicht na gut dann wird das wohl jetzt die ganze zeit so sein und speichern so jetzt schieben wir den hier hin und können quasi äh 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 ok ja wo ist der jetzt hin hm weg so der haben wir fertig so viele sind es ja nicht mehr ich gebe mir auch mega gas aber das ist halt äh ja Sinn und Zweck des Spiels überleben verteidigung bauen die bäume sind ja auch alle wieder da können wir den hier fällen ja den können wir fällen dann tun wir diesmal auch zacken wir den baum von oben so jetzt komm mach mal wieder nochmal hier ach dankeschön so ach hier sind ja auch noch welche ja jetzt haben wir wieder gerade an einflüssende musik und da waren sie ich habe sie gehört da ist der kannibale da krabbelt ein lizard am baum hoch so so da da äh äh ja was ist mit dir jetzt rennst du weg haust du ab kommst du wieder da ich habe mich hier nicht auf den sack gehen weil ich brauche bäume so und wenn der da weg ist dann hauen wir einfach mal weiter um so jetzt gleich wieder pink bleiben machen bis er er ist wieder da so trinken wir mal hier noch ein köhlerchen so wo sind sie jetzt hallo ok ok so haben wir die seite auch schon gleich fertig äh so mein freund gut was was ist denn jetzt mit dir hier so ich hoffe dass der uns jetzt hier in ruhe lässt und wir hier ganz entspannt weiter unsere bäume abpacken können zumindestens gab es jetzt keine musik mehr gab es gibt es also momentan läuft die musik nicht so sehr schön jetzt müssen wir noch die tür fertig machen und dann so schnell beim vorbeischwimmen so wo waren ah da hinten so den hier und den hier und dann fehlt uns glaube ich nur noch einer um zumindestens untenrum alles dicht zu haben so Baumstamm da ha da liegt noch einer so so jetzt schieben wir mal den scheiß hier weg unsere tür so die schieben wir hier auch mal weg oh der hat jetzt sogar eine tür drin nice so und dann könnten wir hin draußen noch ein standing fire machen dann machen wir hier draußen noch ein standing fire das hatten wir ja schon auch so in der zweiten staffel gemacht so da noch eins und dann hier noch eins sehr schön das ist schon mal fertig ja und jetzt brauchen wir hier noch ewig viele stickies und steine hier sind schon mal ein paar stickies hier sind schon mal ein paar stickies mal danke danke so okay den können wir nicht mehr mit aufnehmen stein 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 stock und stein okay bringen wir das mal schnell kleiner stein bringen wir das mal schnell hier heime so okay jetzt brauchen wir noch vier sticks und acht rocks äh so so entschuldigung da hatte sich gerade der gesetzte timer gemeldet dass 15 minuten um sind okay hier ist irgendwo eine höhle da macht sie mich ruhig 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 soo stickies haben wir gleich genug steinchen steinchen das ist kein steinchen steinchen hm kleiner steinchen ja auch stickies haben wir genug aber ich sammle trotzdem noch durch. So, 4 von 8. Pilze. Hier ist noch ein Steinchen. Gut, dann können wir das jetzt mal... Äh, ja. So, dann ist das fertig. Haben wir denn jetzt hier noch irgendwo ein Steinchen? So, hier brennt alles. So, es fehlen uns jetzt noch 3 Steinchen. Super. Freunde. Nachbarn. Eins. Ich möchte jetzt noch gerne schnell... 2 Steinchen sammeln. So, das nehmen wir auch mal mit. Okay, da hat es schon wieder Plung und Gung gemacht. Und jetzt schnell... nach Hause. Und rein. So, damit ist unser Verteidigungswall erst mal aufgebaut. Und es wird schon wieder dunkel. Ja, wir können ja mal abspeichern. Und gucken mal, ob wir schlafen können. So, jetzt wird es dunkel. Und die Musik ist unheimlich. Alter, wie viel waren denn gerade hier draußen? Also, schlafen geht nicht. Dann... Ups. Essen wir mal einen Happen. Ja, jetzt bin ich wieder... ...in das Feuer gelaufen. Super gemacht. Alter, wo laufen die denn hier rum? Boah, naja, das wird nur eine Nacht. So. Jetzt müssen wir mal mal gucken... ...dass wir hier vielleicht ein... ...Stick bauen können. Um da dann hochzukommen. Na, die laufen da jetzt die ganze Zeit rum. Jetzt bin ich hier aber auch so... So, wollen wir mal gucken. Eigentlich wollte ich das zwar nicht so bauen, aber gut. Passiert. So, was geht denn jetzt hier draußen ab? Bitteschön. Ich wollte ja eigentlich was essen, richtig. So. Den da draufgepackt. Oh, da. Hier sind echt viele gerade momentan. Das geht ja auch gar nicht. Okay. Ja, kann ich jetzt... Na, Dankeschön. So, da hinten schwimmt einer. Na, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Äh. Kann ich auch. Da hört ja auch diese scheiß Musik nicht auf, ne? Aber gut. Ähm. Ja, wir machen dann folgendes. Wir... Können wir das zerstören? Nein. Wir... Alter, schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hallo? Acht. Also, das heißt zwar, dass mit den Patches hier ein bisschen schwerer sein werden soll, sein sollte. Aber, äh... Acht auf einen Schlag ist ja natürlich so ein bisschen... Bisschen übertrieben. Gut, wie das ausgeht, erfahren wir beim nächsten Mal. Mann, was war das für ein Ende. Wir stehen einen Haufen Kannibalen und Ureinwohnern gegenüber. Und ob wir diese Nacht überleben, das erfahren wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es geht alles gut. Euer Olli Lama und... Tschüss. Das ist nicht gut. Weibfus. Wir stehen ein Haufen König. Binniskapen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020